Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit eurem Brocken. Ja, gestern am 20. Oktober ist es nun endlich soweit gewesen. Blizzard hat nun einen Transmoxet nun in den Shop mit aufgenommen. Das Ganze nennt sich hier Grimlingsflitzerflügel. Und ob das Ganze was taugt oder nicht, ja, das muss natürlich erstmal jeder für sich selber beurteilen. Hier sieht man nun, wie das gute Stück aussieht. Mir persönlich sagt das Ganze nicht zu. Das Transmoxet kostet hier schon mal sage und schreibe. Wenn man es einzeln kaufen möchte, 20 Euro. Ob es das einem wert ist, das liegt natürlich hier immer im Auge des Betrachters. Man kann das Ganze hier aber auch, wenn man möchte, mit dem Bundle kombinieren. Das Transmoxet plus ein sechsmonatiges Abo, dann spart man sich sozusagen die 20 Euro für das Transmoxet. Muss natürlich aber auch gleich einmal 65,94 Euro locker machen für das ganze Bundle. Das heißt, das wird natürlich direkt dann vom Paypal-Konto oder von dem normalen Konto der Kreditkarte oder so direkt abgebucht. Nun möchte ich aber auch mal wissen, ja, was sagt ihr dazu? Findet ihr dieses wunderschöne Transmoxet? Wir können hier auch einmal das Video dazu natürlich vom Blizzard einmal starten, wie das Ganze hier auch aussieht. Ich persönlich, wie gesagt, möchte einfach mal ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieses Transmoxet einfach gar nicht. Ich finde das Transmoxet einfach potent hässlich. 20 Euro ist es meiner Meinung nach hier einfach gar nicht wert und schön sieht das Ganze hier einfach auch nicht aus. In meinen Augen. Aber ich dachte mir vielleicht, der ein oder andere von euch wird vielleicht sagen, hey, cool, da kann man jetzt ein Transmoxet kaufen. Und so wollte ich euch diese Information natürlich hier in einem Video einfach zukommen lassen, so, dass ihr nun die Möglichkeit habt zu sagen, okay, ich möchte das Ganze mit einem 6-monatigen Abo-Bundle hier mir direkt kaufen, dass ich dieses Transmoxet habe. Oder vielleicht möchte der ein oder andere auch dieses Transmoxet natürlich für 20 Euro erwerben. Nun möchte ich aber zwei Fragen von euch wissen. Die erste Frage ist natürlich, die ich euch schon eben gefragt habe. Wie findet ihr das Transmoxet? Findet ihr, dass dieses Transmoxet, ja, für euch persönlich schön aussieht oder nicht? Würdet ihr sagen, es ist 20 Euro wert oder nicht? Ja, die andere Frage auf jeden Fall, die mich natürlich auch hier von euch als Community brennend interessiert. Wie findet ihr das jetzt, dass Blizzard nun auch Transmoxets in dem Shop für echtes Geld verkauft? Also meiner Meinung nach finde ich es scheiße. Ganz, ganz ehrlich. Ich finde halt einfach, Transmoxets sollten Sachen sein, die jeder durch Arbeit erwerben kann. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, ihr könnt ja einfach das ganze Gold, was ihr erarbeitet habt, im Blizzard-Guthaben umwandeln und dieses Transmoxet euch zulegen. Aber so finde ich, sollte das halt nicht sein. Ich finde halt, ein Transmoxet sollte man sich meiner Meinung nach erarbeiten und nicht einfach, ja, das sich einfach für echtes Geld oder natürlich einfach sein Gold in echtes Geld umwandeln und dann zu kaufen. Da würde mich mal eure Meinung auch interessieren. Wie findet ihr, dass das Blizzard jetzt nun anfängt, auch Transmoxets mit in den Shop aufzunehmen? Ich meine, da könnt ihr das ein oder andere wirklich mal dabei sein, was mega geil ist. Und dann muss man hier natürlich auch wieder Geld für löhnen, einfach um dieses zu bekommen. Sagt ihr, ach, mir ist das egal, findet ihr das in Ordnung? Oder sagt ihr auch, nee, ich würde es einfach besser finden, wenn man solche Transmoxets einfach so bekommt, dass man dadurch Instanzen, Weights, weiß ich nicht, Kriegsfronten etc. pp. abschließen muss, um so stückweise sein Transmoxet zusammenzusammeln. Das wäre auf jeden Fall die letzte Frage an euch, die ich gerne von euch wissen würde. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir hier reichlich Kommentare unten in der Videobeschreibung bekommen wären. Und wenn das kleine Informationsvideo euch dazu auf jeden Fall gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr wisst, meine Freunde, Support ist kein Mord. Und der Link zu diesem wundervollen Transmoxet, den findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Einmal draufklicken, dann könnt ihr euch das Ganze natürlich auch noch einmal angucken und euch von diesem Set verzaubern lassen. Ansonsten, ich bin auf jeden Fall raus, haut da rein, euer Brocken.